Das war das Thema eigentlich nochmal. Ich habe es eben gelesen, ich weiß es schon immer. Dann stellen wir doch erstmal unser Thema vor. Was ist beste Kamera? Achso, ja, okay, danke. Du hattest es gestern schon erfahren. Was ist beste Kamera? Und heute geht es bei uns komplett darum, was ist beste Kamera? Hallo? Ich hätte einen Schlüssel vorher wegmachen sollen. Gute Nacht, wir sind wieder da. Hoffentlich diesmal mit ein bisschen besserer Bildqualität. Und besserem Ton, glaube ich auch, so wie es sich bisher anhört bei uns. Ist es schon besser. Unser Thema heute war es beste Kamera, war es Lit Surprise und Zubehör, Digga. Zumindest haben wir es mal so notiert. Und die Idee kam eigentlich relativ spontan. Also ich habe gestern Abend noch überlegt, was können wir für ein Thema aufnehmen. Und wir hatten gestern einen Kunden gehabt, da ging es genau darum, der war bei Jörg und es ging halt darum, was ist denn eure beste Kamera oder ich brauche die beste Kamera, was ist das? Und am besten kostet sie nichts. Das ist der wichtige Punkt da dran. Wir sind übrigens heute wieder zu dritt. Wir sind zu dritt, Lukas ist auch da. Hallo? Ist ja eigentlich nicht zu beantworten, wenn man ehrlich ist. Es gibt nicht die beste Kamera. Also ich würde jetzt spontan sagen, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Aber es gibt keine beste Kamera. Es gibt Kameras für Zwecke und es gibt Kameras, die können mehr Zwecke erfüllen. Aber im Endeffekt entscheiden das ja noch mehr Dinge als nur die Kamera, sondern eben auch das Zubehör, das Können des Fotografen und die Objektive vor allen Dingen. Genau, damit sind wir eigentlich bei dem Punkt, wo es bei jeder Beratung darum geht, was ist die beste Kamera für mich? Und das ist genau das, was wir herausfinden müssen und nicht, welche Kamera hat jetzt den besten Autofokus, die meisten Megapixel. Was bringt mir das, wenn ich später ein Bild auf Instagram lade und das dafür mit 100 Millionen Pixel aufnehme? Also man kann ein Gerät mit Sicherheit zweckentfremden, so wie ich das auch tue. Ja, also ich verwende eine hochauflösende Kamera für Wildlife-Fotografie. Die ist bei Tieren, die nicht wegläuft, mit Sicherheit toll. Aber bei Tieren, die fliegen und schnell weglaufen, ist sie eigentlich nicht toll. Aber es geht halt trotzdem, man muss halt wissen, was man macht. Ähnlich wie bei mir, ich habe auch hochauflösende Kamera und mache hauptsächlich Konzertfotografie. Und ich sage jedem Kunden, mach nicht den gleichen Fehler wie ich, kauf dir lieber eine andere. Ja, aber es ist gar nicht so einfach, weil nicht jede Marke bietet eine schnelle und gute Autofokus-Kamera zu einem bezahlbaren Preis an. Also ich muss dann zwei Kameras kaufen oder richtig Geld in die Hand nehmen. Bei mir ging es mehr um die Videofunktion mit dabei, weil ich wollte dann noch die 8K-Videos mit drin haben. Das war für mich dann der Punkt für die Kamera und das ist dann halt so für mich das Mittel, wo ich mit ein paar Abstrichen von allem was habe. Für mich war das eher, ich habe jetzt vor kurzem die FX30 gekauft. Und festgestellt, dass man auch Fotos machen kann, nicht nur Videos. Ja, erstmal das, erstmal das. Aber ich war am Schwanken zwischen zwei Kameras. Die eine konnte 6K, Open Gate, was weiß ich, konnte auch gute Fotos machen. Und ich habe mich für die FX30 entschieden, weil ich kann mich mit der Kamera besser identifizieren. Und wollte auch mehr eher in Sony-Systemen investieren als in andere Systeme. Und konnte dann auch über die 6K Open Gate sehen. Also generell geht es bei dir sowieso hauptsächlich um Video. Ja genau, bei mir geht es um Video. 4K, 6K, die 6K hinterher zu jagen, war jetzt nicht mein Ding. Hört sich super an. Ja, also ich sage mal, wir haben ja das Thema schon mal angesprochen. Hohe Auflösungen haben den Vorteil, dass ich später gut croppen kann. Das ist schon ein Thema. Aber ich sage mal so, man konnte auch vor 50 Jahren alles fotografieren mit manuellem Fokus. Man konnte vor 50 Jahren mit einem Film alles fotografieren. Das hat eher was mit Technik zu tun und uns geht es jetzt eher darum, es häuft sich halt leider immer so, dass man das Beste für kein Geld haben möchte. Das ist tatsächlich so. Aber für uns ist ja als Verkäufer oder Berater viel wichtiger, was fotografiert der Kunde denn überhaupt. Ich meine, wenn du Landschaften fotografierst, werden an so ganz essentielle Dinge oft gar nicht gedacht. Du brauchst ja nicht unbedingt eine schnelle, hochauflösende Kamera. Natürlich ist Hochauflösung schön, brauchst du aber nicht unbedingt, weil du kannst ja auch mehrfach belichten. Oder vielleicht hast du sogar eine Panorama-Funktion in der Kamera, die das sogar macht für dich. Du brauchst ein hochwertiges Objektiv, was dem Ausschnitt entsprechend ist, was man für den Zweck benutzt. Und das wichtigste Zubehör finde ich immer noch in der Landschaftsfotografie ein Zubehörteil, was kein Mensch dabei hat, wenn er es braucht. Das ist ein Stativ, weil man fotografiert in der Regel längere Belichtungszeiten. Man fotografiert aus merkwürdigen Positionen. Man kann sich natürlich dann verbrezeln und auf den Boden legen oder in den Dreck reinlegen. Also ein guter Fotograf ist dreckig, das ist immer so bei Landschaftsfotografen. Oder man hat ein Stativ dabei und macht das. Aber das sind ja so diese kleinen Dinge, an die Sachen denkt man ja nicht. Ich denke gerade an unsere Aktionen vor 15 Jahren, wo wir rausgegangen sind am Wochenende zum Fotografieren. Und ich das Stativ halb von der Treppe runtergejagt habe und alle möglichen schrägen Perspektiven ausprobiert habe an der Schlossmauer. Ja, muss schon sein. Also es gibt viele Zubehörteile, die so ein bisschen im Hintergrund rutschen. Ich meine, bei dir im Video ist es ja genauso. Bei dir ist es im Filmen extrem wichtig, mit einem Graufilter zu arbeiten. Das ist auch in der Fotografie so ein Thema. Also die Porträtfotografen laufen draußen rum und sagen, ja, ich habe einen 1,4er Blender. Oh, die Sonne scheint, das ist aber doof. Jetzt kann ich natürlich, die Sonne muss ich erstmal wegmachen. Das heißt, ich habe vielleicht noch einen Hintergrund oder helfe mir einen Reflektor dabei. Das kriege ich dann zum Teil hin, aber ich kann ja trotzdem nicht offenblendisch fotografieren. Ich muss also auch ein Graufilter dabei haben, sonst sagt die Kamera irgendwann, nee, ist nicht. Oder ich habe eine Kamera mit einer guten elektronischen Verschlusszeit. Da kommen wir zur Kamera zurück. Eine Kamera mit einer guten elektronischen Verschlusszeit gibt es halt eben nicht für 500 Euro. Dann ist wieder die Frage, was will man überhaupt machen? Ist man bereit, Zubehör mitzuschleppen? Will ich eine Kamera haben, die alles schon drin hat, alles in einem? Und dann drehen wir uns manchmal schon im Kreis. Wann wird es jetzt ideal für einen selber? Gibt es überhaupt eine Lösung aus eurer Sicht mit einer Kamera, die alles kann? Ja, wenn es nur noch drei Modelle gäbe. Ja, dann hättest du keine Auswahl möglich. Wenn du weniger Auswahl hast, dann ist es einfach nicht, okay, die hätte jetzt noch das und das. Ja, aber grundlegend ist mit jeder Kamera alles machbar, nur mit Einschränkungen. Ja. So, und die Top-Modelle, die man sich als private Person wohl eher weniger leisten möchte, können es ja auch. Also Alpha 1, die Konzett 9, Z8, die Canon R5, R5 Mark II, R3, R1, bei denen sind sogar ein paar mehr. Die können ja alles, nur das ist wie mit allem, wenn ich alles haben will, muss ich auch dafür bezahlen. Wenn das Geld egal ist, dann kann ich alles in einem haben. Genau, so, und wenn ich nur bestimmte Dinge brauche, also die meisten brauchen ja eigentlich nur Hilfe, wie man so ein Gerät bedient, geht gar nicht mehr um die Kamera. Ich merke das bei unseren Workshops immer wieder, also ich tendiere, du hast ja früher die Workshops auch gemacht, tendiere mittlerweile ja gar nicht mehr so stark den Leuten zu erklären, wie Blende und Zeit funktioniert. Da gibt es genug YouTube-Videos, was aber viele einfach nicht verstehen ist, wie benutze ich den Autofokus heute bei so einer Kamera. Das wird ja immer komplizierter, immer komplexer und eigentlich doch nicht. Wenn man weiß, wie er geht, wird er ja immer besser und einfacher und man kann immer weniger falsch machen. Ich habe es bei Workshops eher so gemacht, zeig mir immer Bilder, wie es aussehen soll und ich erkläre dir, was die Einstellungen dahinter sind, damit man weiß, was für ein Look-Buy rauskommt. Genau, was viele nicht wissen. Ja, weil man kann das einstellen in der Kamera, da gibt es Drehräder und Knöpfe und wenn man da drückt, passieren Sachen und da kann man Sachen verändern und man braucht nicht mal ein 2000-Euro-Objektiv und kriegt auf einmal mit einem KIT-Objektiv einen Hintergrund unscharf. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist es auch machbar. Ja, natürlich gibt es... Brennweitenvergleich, Brennweitenvergleich. Ich bin ja auch relativ neu zu der ganzen Sache und ich habe jetzt in der letzten Zeit erst alles so wirklich gelernt. Vorher dachte ich, ich wusste es, ich hatte keine Ahnung und wenn man weiß, was auf einen zukommt, vor allem wenn man alles genau wissen möchte, ist es auch erstmal überfordernd, das alles zu sehen. Auch Autofokus habe ich sehr lange nicht so verstanden, wie er eigentlich benutzt werden sollte. Eine Fotografen-Ausbildung geht drei Jahre. Da ist halt mehr drin, als einfach nur irgendwie eine Lampe aufzubauen. Genau, ja. Und da scheitert es ja bei vielen schon. Das Thema hatten wir gestern ja auch. Ja, also Lampen habe ich alles. Naja, hat die den Farbwert, hat die die LEDs drin. Das sind auch so Dinge, die man da einfach vergisst. Also eine Lampe muss eine gewisse Einstellung haben, eine gewisse Leistungsfähigkeit haben, einen gewissen Farb- oder Helligkeitswert haben, damit ich sie überhaupt gebrauchen kann. Ansonsten kann ich mir die Temo-Lampen kaufen und hoffen, dass das flimmerfrei und farbecht ist, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Also es ist schon so, dass Equipment, was hochwertig ist, einfach Geld kostet und das wird immer so sein. Also wenn wir es irgendwann schaffen, die beste Kamera fürs kleinste Geld zu bekommen, ganz ehrlich, dann brauchen wir auch keine Kamera mehr. Ups, ich habe mich gerade weggeschossen hier. Es gibt ja auch bei den Lampen schöne kleine Geräte und Features, um die Farbwerte zu messen, das Farbspektrum von der Lampe. Und da sieht man halt auch schon wieder Unterschiede zwischen so einer Billiglampe, die zwar fürs Auge im ersten Moment das gleiche Licht macht, aber für die Kamera einige Farben auch fehlen da drin. Das taucht auf einmal bei der Nachbearbeitung auf und dann fehlen mir Farbwerte, die ich vorher quasi gesehen habe, aber sobald ich einen Regler verschiebe, fehlen die. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir haben letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft, haben wir doch diesen Beauty-Dish, diese Rundlampe verkauft von der Firma Hama. Die kleine, ja. Die kleine, ja. Da war eine Kundin hier bei mir, die hat gesagt, nee, 34 Euro hat das Ding gekostet, war schon Angebotspreis, kostet einmal, glaube ich, 80 oder so. Nee, mache ich nicht, ist mir viel zu teuer. Ja, dann kam so eine Stunde später, kam sie hier rein, hat dann irgendwo da oben aus so einem Shisha-Laden da, hat sie dann so eine Lampe, die genau so aussah gekauft. Und ich habe mir dann so zwei Wochen später aus Spaß mal ein YouTube-Video von ihr angeschaut und du hast die ganze Zeit so blum, blum, blum. Das hat die ganze Zeit so einen Waber-Effekt gehabt. Da habe ich mir gedacht, naja, geschieht dir recht. Es hat schon einen Grund, dass das Geld kostet. Das ist für dich ja sehr wichtig. Für mich sehr wichtig, absolut. Ich habe auch schon meine Erfahrung gehabt mit den 10-Euro-Lichtern, die mein Kollege von einem Kollegen hat. Das hat jeder schon gemacht, die Erfahrung, weil wenn du sie günstig kriegst, probier es halt mal aus und merkst dann, okay, ist doch nicht so das Richtige. Ja, absolut. Vor allem im Video, wenn du wirklich präzise arbeiten, also ich will zumindest präzise arbeiten, wenn ich Videos mache, da musst du dich auch auf das, was du hast, verlassen können. Und das geht bei, wenn du nicht investierst, dann kannst du dich auch nicht auf deine Sachen verlassen. Ja, also ich würde mal vorschlagen, wir bauen uns mal ein Setup gerade, was für eine Ausstattung ihr im Moment empfehlen würdet für bestimmte Arten der Fotografie beziehungsweise Videografie. Das ist so dein Part mehr, weil einfach, ich glaube, es interessiert einfach den einen oder anderen Low-Budget und High-Pricing und vielleicht auch noch das, was die meisten dann kaufen, das, was genau in der Mitte irgendwo drin ist. Was man da so empfehlen würde. Können wir ein paar Artikel droppen, das ist gar kein Thema. Es werden ein paar wahrscheinlich doppelt sein, weil es gibt so ein paar Produkte, die sind so auffällig gut, dass man die wahrscheinlich öfter sagt. Ja, also gerade für einen Einstieg würde ich so eine G100 oder sowas empfehlen. Kamera unter 1.000 Euro, also was kostet sie jetzt? 600? Du meinst die Panasonic Lumix G100? Die Lumix G100, Panasonic ist ein Fernsehersteller. Ganz wichtig. Genau, die Lumix G100. Um die 600 Euro liegt sie, glaube ich, mit dem Standardobjektiv. 700. 700, dann gibt es sie noch im Kit mit Double-Zoom und das ist eigentlich ein super Einstieg. Eine Kamera, die alles Wichtige drin hat. Suche hat sie, das ist für mich persönlich wichtig, damit ich auch bei gutem Wetter was sehen kann. Ja, die ist extrem gut ausgestattet. Also ich weiß noch, die ist ja, G100 ist ja quasi die G110. G110. Damals hatten wir schon mal im Podcast kurz erwähnt, die ich mal getestet habe und festgestellt habe, dass sie nicht abgedichtet ist. Das ist das Manko an der Kamera. Ja. Aber sie hat es ausgehalten. Und die kam ja zur Pandemie-Zeit, das war die erste Kamera, die die Streaming-Funktion eingebaut hatte. Und ich habe mir die danach erst ein bisschen angeschaut, weil eigentlich so in der Pandemie-Zeit hat sich jeder andere Gedanken gemacht, aber nicht, welche technischen Features hat diese Kamera. Und Mikrofon mit Gesichtserkennung. Ja. Was? Ja, was? Das habe ich noch nicht gehört. Ganz einfach, wenn du dein Gesicht in der Kamera hast, wird drumherum der Ton ausgeblendet. Genau. Oh, wenn du jetzt was erklärst oder am Reden bist, hast du keine Störgeräusche drumherum. Das ist technisch gesehen, habe ich später erst kapiert, eine richtig gute Kamera. Also ganz ehrlich, für das, was die kostet, ist das eigentlich so ein Must-Have-Artikel. Also wenn du eh schon ein Lumix-System hast, sowieso, aber selbst für die, die es nicht haben, ey, sorry, das ist so eine Hosentaschen-Kamera, die muss man eigentlich mitnehmen, die ersetzt komplett den Kompakt-Kameramark. Man muss vielleicht ein Teleobjektiv noch dazu kaufen, aber das Ding ist schon ein Knaller. Zumal eine Kompakte eine gute inzwischen mehr kostet. Ja, das ist wohl wahr. Weil die Kompakten gibt es gar nicht mehr so, die typischen. Ja, aber für wen würdest du die Kamera empfehlen? Also ich bin der Meinung, Einsteiger, ja, du hast recht, aber für Streamer zum Beispiel, also ist das eine ganz coole Kamera? Ja, vor allem an die ganzen Streamer, die ist deutlich besser als eine Alpha 6000, die schon 15 Jahre alt ist und irgendwie jeder sagt, ey, ich fange jetzt an mit streamen, ich will eine Alpha 6000. Nee, kann Spende von sprechen. Nimm dir nicht die 6000. Eine der meistverkauften Kamerasaufemark, ne? Und selbst jemand, der ambitionierter ist, also die Kamera, die Auflösung ist komplett ausreichend. Wenn man sie jetzt mal vergleicht mit einer Profikamera von vor zehn Jahren, hat die quasi die Profimodelle damals getoppt, wenn sie in der Art schon gäbe. Und das Problem ist, die Ansprüche steigen immer weiter, wenn es neue Geräte gibt. Früher war eine 5D mit 12 Millionen Pixel, mit, oder was, nee, 24 Millionen Pixel hatte die 5D Mark II. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die sind sogar weniger. Also auf jeden Fall, gerade dieser Pixel-Wahn ist in den letzten Jahren immer höher gegangen, immer mehr Pixel. Und früher konnten wir richtig schöne große Poster mit 10 Millionen Pixel drucken. Ja, das stimmt. Und es geht heute immer noch um Wunder, um Wunder. Ja, das ist halt low, low, low Budget. Aber wenn du so eine Kamera kaufst, kannst du ja erstmal nicht so viel damit machen. Also du kannst fotografieren lernen mit dem Produkt, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen, wer kauft die? Es kauft ja der, ich sag mal, die Familien kaufen so eine Kamera, weil es einfach das Low-Budget-Produkt ist. Dabei ist die aber eigentlich schon wieder zweckgebunden für Streamer und Co. eigentlich produziert. Es ist eigentlich ja schon eine themenspezifische Kamera. Aber wegen des Preises, weil Panasonic ja immer sehr komische und niedrige Preise hat, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Aber gut, ist diese Kamera für viele Familien einfach interessant. Was macht eine Familie mit der Kamera? Was braucht der dafür noch? Also ich glaube einfach, dass er so mit dem Gerät nicht viel anfangen kann, weil da ist ein 12- bis 32mm Objektiv dabei, was ja dann nicht so viel ist. Es ist nicht besonders lichtstark, es ist nicht besonders hochwertig. Also es ist etwa so wie bei einer Handy-Kamera, wenn man da ein Zoom-Objektiv mit drin hat. Das ist so etwa der Bereich, den die Kamera abdeckt. Nur in einer besseren Qualität. Nicht so mit den Zoom-Bereichen auskennt, aber das wäre jetzt quasi das, was die vom Zoom her mitmacht. Klar, bessere Qualität, deutlich größerer Sensor. Tele-Objektiv und je nachdem, wenn ich halt wirklich viel fotografieren will damit, dann auch spezifische Objektive, Festpoint-Weiten, Makro. Dann ist immer die Frage, welchen Bereich fotografiere ich gern, was man aber auch gut rauskriegt über die Zoom-Objektive. Dann kann ich mir die Bilder auswerten, gucken, welchen Bereich habe ich oft fotografiert und in dem Bereich gucke ich dann nach einer Festpoint-Weite, um es dazu nochmal zu verbessern. Ist bei Panasonic, bei Lumix, Entschuldigung, bei Lumix auch ganz super. Die haben ja dieses 25mm 1.7 für einen Apple und einen Klicker. Das ist ja auch ein Must-Have. Also das ist so ein Teil, das kannst du dem Kunden hier zeigen, kostet, weiß ich nicht, 170 Euro, 180 Euro, wenn überhaupt. Bevor jemand sagt, ihr seid zu teuer, ich weiß es nicht. Das nimmst du halt mit. Das ist so wie, also wenn du bei uns in den Laden reinkommst, stell dir vor, du stehst irgendwie bei Kauflein in deiner Kasse und du siehst da Kaugummis. Da nimmst du einfach so 25mm 1.7 mit. Das kostet ja nur 180 Euro. Das hört sich jetzt komisch an, aber im Verhältnis zu dem, was andere kosten, ist es halt super billig. Nicht günstig, billig. Das war früher das Canon 50mm 1.8. Stimmt. Das war dieses, was quasi standardmäßig mit der Fototasche zusammen ausgeliefert wird. Kauf eine Tasche für 300 Euro, kriegst du die Optik umsonst. Brauchst du sowieso. Stimmt. Ja, so Kids hatten wir sogar, weil ich kann mich erinnern, Olympus hatte die mal, als das noch Olympus war. Da konntest du wirklich ein Taschenerweiterungskit kaufen und da waren 40 bis 150mm Objektiv dabei. Keine Ahnung, frag bitte nicht nach. Was würdest du empfehlen, Jörg? Welcher Klasse? Als Einsteiger auch? Das, was du... Gut, wir können ja erstmal die Einsteiger... Die Einsteiger? Ja, okay, die Einsteiger, ja. Ich hätte tatsächlich auch die G100 gesagt, aber da wir die schon hatten, bin ich im Moment der Meinung, ich freue mich ein bisschen drauf, weil sie ist noch nicht draußen. Aber ich glaube, wenn das hier veröffentlicht wird, könnte sie schon draußen sein. Die XM5 von Fujifilm. Die hat zwar keinen Sucher, soll die nicht sogar schon, also jetzt quasi ausgeliefert sein und nächste Woche ausgeliefert werden? Ich bin mir nicht so sicher, aber ist ja egal, spielt ja keine Rolle. Die Kamera selbst hat zwar keinen Sucher, die wird nicht für jeden Kundentyp interessant sein, also es wird jetzt nicht Onkel Dagobert kommen und diese Kamera kaufen. Es ist tatsächlich so, dass es eher die jüngere Generation anspricht, die für uns als Einsteigerkunden ja auch ein ganz wichtiges Thema sind. Was mir in der Kamera gefällt und die ist super klein. Leute, guckt euch mal die Bilder von dieser Kamera an. Die passt bei mir auf die flache Hand und man besiegt mehr Hand als Kamera. Und was mir gefällt, Fujifilm hat ja mit der X-T50 eingeführt, dass die Filmsimulation oben auf dem eigenen Rad drauf sitzt. Ich glaube, diese Kamera fördert bei den Einsteigern die Kreativität nochmal sehr stark. Dass man einfach sagt, okay, ich stelle oben halt meine Filmsimulationen ein, hier Velvia, Astia, bla 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 und wie sie alle heißen. Und man sieht halt live auf dem Bild, wie sich das Bild verändert. Und da ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Unterschied zu dem, weil wir haben Fuji-Kunden, die sagen, dann lege ich mir auf eine Funktionstaste und dann ist es gut. Nein, das ist nicht dasselbe, weil wenn ich es auf eine Funktionstaste lege, geht ein Reiter auf, wo ich eben sehe, was der Film macht und wenn ich das Rädchen habe, eben nicht. Das heißt, ich sehe wirklich, wie das Bild sich verändert. Und weil es halt einfach direkt griffbereit ist und ich direkt sehe, wo es ist, wähle ich es auch an. Und ich selbst habe mir ja eine X-T50 gekauft. Ich liebe das total, damit zu spielen. Ich habe das früher nie gemacht. Ich habe diese ganzen Kreativfilter nicht gemocht und habe das immer im Nachhinein gemacht mit Lightroom oder was auch immer. Und mit der Kamera, die ist, das ist die erste Kamera seit der Nikon D90. Das ist schon lange her. 16 Jahre, ja. Ja, die ich nicht auf Raw gestellt habe. Habe ich nicht. Ich habe die auf Thief stehen, also bestmögliche Komprimierungsstube und fotografiere wirklich out of box. Patrick ist kurz aufgeschoben. Ich habe jetzt ein Meme im Kopf. Ich weiß schon, was bald kommt. Hi. Hi. Okay. Ja, und du kannst doch schon mitreden. Ich kann mitreden, investiert in Licht. Schöner Themenwechsel zur Kamera, aber okay. Nee, also als Videofilmer, ich rede jetzt über Videofilmer, Licht ist das A und O, investiert lieber in ein anständiges Licht und eine Bettdecke oder irgendwas, um es noch weicher zu machen, damit ihr es über drei Sachen braunzen könnt. Also, ich muss dich kurz unterbrechen, Lukas. Wenn jetzt ein Kunde zu dir in den Laden reinkommt und sagt, ich hätte gerne eine Einsteigerkamera, sagst du, ich habe Bild hier Licht, ich komme da gerade nicht drauf klar. Ja, es gibt ja auch Kameras, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also, die Kamera bei Video ist ja nicht so, bei Video ist nicht so. Ja, dann sag mir doch mal bitte eine Videoeinsteigerkamera, damit wir hier ein Schema fahren. Eine Videoeinsteigerkamera. Gibt es? Wir hatten schon eine. Wir hatten schon eine, die G100, würde tatsächlich auch da reinfallen. Ja, absolut. Die 6700, ist das schon eine Einsteigerkamera? Ja, die ist schon ein Semiprofi. Die ist schon ein Semipro, ja. Muss man schon sagen. Es gibt noch eine Canon. Sehr gute. Ich teaser die mal so an. R10. R10? Über die R10 kann ich nicht sagen. R10 kann ich nicht sagen. Das ist eine sehr gute Kamera für Video tatsächlich. Okay, wusste ich nicht. Habe ich noch nicht. Canon kann das generell sehr gut. Die konnten auch bei der G5X, G7X haben die schon, also Kompaktkameras, nichts orbitant gute Videos gehabt. Muss man wirklich sagen. Weil die immer so bestmögliche Qualität im Video da einbauen. Und die R10 ist eine sehr preiswerte Kamera, auch um die 1.000 Euro, die aber gut Fotoschießt. Aber ich finde, die Stärken hatte ich wirklich im Video. Bei Canon war es auch früher so, die haben alles ein bisschen später rausgebracht, aber dafür quasi perfektioniert. Dann Live-View, Video in der Kamera war alles relativ spät, aber dafür hat es funktioniert. Und ja, so haben sie es eigentlich immer weitergeführt. Und jetzt gibt es ja fast keine Neuheiten mehr. Es wird ja immer nur noch irgendwas gerade verbessert. Von daher, ja, mit denen kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Gerade das ganze R-System ist halt praktisch, weil du ein Bajonett für alle Arten hast. Und da haben sie sich ja auch wieder Zeit gelassen. Das Uni ist ja gefühlt seit zehn Jahren dabei mit dem Alpha, oder mit dem E-Mount-Bajonett. Und ja, ist da jetzt das Gleiche. Bisher gibt es leider quasi, ich sage mal, nur Canon-Objektive. Es gibt jetzt APS-C, zwei, drei Alternativen oder manuelle Objektive. Aber das ist die Firmenpolitik, weil sie es einfach noch nicht freigeben. Aber es soll ja kommen, so wie ich gehört habe. APS-C gibt es ja schon. Und irgendwann wird das andere auch kommen, wenn sie sagen, jetzt verkaufen wir weniger. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, exklusiv zu bleiben. Also das R-System, also das RFS-System, sprich das APS-C-System, ist jetzt gerade ziemlich interessant. Weil es hört sich jetzt komisch an, weil es jetzt Sigma-Objektive für Canon gibt. Weil Canon selber keine hochwertigen Objektive bis heute rausgebracht hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bald kommen wird. Und es bringt nichts, wenn du eine Kamera für 800 Euro kaufst und sollst was Lichtstarkes für 2500 Euro dran machen, damit du ein 2.8er Objektiv hast. Ja, und die Sigma-Objektive sind gut. Also jetzt kommen ja alle, also alle wichtigen APS-C-Objektive, die es auch für die anderen Marken gibt. Und von daher, wie viele Objektive brauchst du? Was ein bisschen fehlt ist der Tele-Bereich. Wobei dieses 100, 400 ist ja nicht allzu teuer und es ist relativ klein und leicht. Das kann man wirklich kaufen. Hättest du eine andere Kamera gesagt im Video-Einstiegsbereich? Ich wäre dann vielleicht auch schon wieder in so eine Camcorder-Richtung abgeschweift, je nachdem worum es geht. Weil da gibt es ja auch schon Modelle unter 1000 Euro, mit denen man ordentlich Videos machen kann. Das ist halt immer die Frage, pauschend Wechsel. Ich meine jetzt, wenn wir bei der Systemkamera bleiben, tatsächlich. Es gibt halt noch die Sony 6400, aber ich finde, die ist auch schon wieder zu alt fast. Ich würde sogar sagen, die ZV-Systeme. Ja, die ZV, stimmt. Ja, die ZV-E10, wenn man nicht unbedingt die 10-Bit braucht, sondern einfach für seine YouTube-Videos 4K braucht, ist die ZV-E10 absolut ausreichend und eine super Videokamera. Und sonst Nikon Z30 noch. Der Grund, warum ich dir erzählen, gesagt habe, ist einfach, weil es eine vielseitige Kamera ist. Du hast einen Sucher. Du hast einfach eine Kamera, die gut Foto kann und gut Video kann. Und bei der Z30 und bei der ZV-E10 hast du auch eine Kamera, die gut Foto und gut Video kann. Aber für denjenigen, der sagt, okay, ich will noch einen Sucher haben, das fällt bei denen halt flach. Und das ist, da muss ich sagen, Canon hat da ein bisschen mehr mitgedacht, glaube ich. Einfach für den klassischen Fotografen. Also das Ziel ist ja, den klassischen Fotografen für Video zu begeistern. Und bei dir ist es jetzt anders. Du kommst aus dem Videobereich und dich muss ich jetzt für Foto begeistern. Aber wir kommen ja aus dem Fotobereich. Wir müssen uns für Video begeistern. Und für uns ist es natürlich sehr viel leichter, wenn eine Kamera erstmal eine Kamera ist und dann ein Videogerät kann. Bei dir ist ja kurios eigentlich, dass du keine Videokamera gekauft hast, sondern eigentlich eine Fotoapparat-Technik gekauft hast, die aber eine Videokamera ist. Da merkt man, wie der Markt gerade zusammenschwimmt. Und das ist schon super interessant. Früher musste man vielmal wirklich überzeugen und sagen, hier, guck dir eine RED-Kamera an, die kostet 50.000 Euro. Die hat den Sensor, der auch in der Kamera für 2.000 Euro ist. Ja, das ist richtig. Eigentlich verrückt. Ja, Einsteigerlast ist quasi schon vorbei, weil die Geräte sind alle schon zu teuer. Ich würde mal die Mitte auslassen, weil die Mitte hat das größte Angebot. Ich würde mal nach oben gehen. In der Mitte gibt es von jedem Hersteller quasi die gleiche Kamera. Ja, hat doch jeder einen Favoriten dann wahrscheinlich. Gehen wir mal nach oben. Was würdet ihr jetzt in der Preislage, sagen wir mal von 4.000 Euro bis Ende, empfehlen gerade so? Gut, da geht es auch wahrscheinlich wieder eher darum, was, also gerade bei uns, was kennt man besser? Also ich würde jetzt... Allround-Kamera. Allround. Allround. Von allem etwas. Gut, die neue Canon R5 II habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich weiß nicht, wie gut sie wirklich ist. Aber die fällt mit Sicherheit in die Kategorie. Genau. Also ich habe ja einen Vorgänger und außerhalb für Konzertfotografie kann ich sie super empfehlen. Dafür ist sie echt nicht schlecht, aber es gibt eine Kamera zum halben Preis, die dafür besser wäre. Ja, es ist halt mehr Licht, ne? Ja. Oder du brauchst Licht. Ja, guck mal darüber. Vielleicht gebe ich mal ein Bettdecken mit auf die Konzerte. Stimmt, ja. Es gibt so Stableuchten, die kannst du bestimmt mit. Ist egal. Bei mir ist es tatsächlich Nikon Z8. Sollte man nicht meinen so als so Nionike, aber ich würde heute sagen, die kompletteste Kamera, die wirklich alles kann zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem wahnsinnig guten Sucher, sehr schnell hohe Auflösung, geringes Bildrauschen und richtig gut im Video. Wir haben es ja schon auf dem Video-Workshop kennengelernt. Das ist die Z8. Die Z8 ist ein wahnsinnig gutes... Der ist eigentlich von jeder Kamera das Beste drin. Das stimmt. Das ist so das, was Nikon früher mit der D700 gebaut hat. Ja, so ein bisschen. Ja, ich habe mir schon wieder komisches... Ich hatte wieder die deutschländerwürstchen Werbung im Kopf. Was die damals mit der D700 gebaut haben, die haben eine Kamera gebaut, die eigentlich zu gut war, weil die geht ja heute noch. Die ging nie kaputt. Bei der Z8 ist es so, es ist einfach eine Kamera, die erstmal alles kann. Es scheitert fast am Fotografen. Objektivauswahl ist auch da. Also jetzt gibt es auch Drittanbieter-Objektive. Also von daher sind wir da auch gut aufgestellt. Muss ich wirklich sagen, ich finde Nikon Z8, das wäre so mein Favorite aktuell. Und sogar im Moment 300 Euro Sofortrabatt. Und ja, das stimmt. Kommt noch dazu. Das stimmt. Ja. Also bei mir, wenn es um Allrounder geht, nach dem Workshop, hätte ich auch gesagt, entweder die Z8 oder die Z9. Ich war nie ein riesen Nikon-Fan, aber seitdem ich die auch in der Hand gehalten habe und benutzt habe und gesehen habe, was sie können, fand ich die auch cool. Wenn es nur um Video geht, bin ich schon seit Jahren klebig förmlich an der FX6, und weil ich finde, das Bild, was rauskommt in der Größe und das, was sie kann, habe ich noch nicht gesehen bis jetzt in einer anderen Form. Und so wie ich das von anderen auch gehört habe, ist sie auch extrem, kann man auch extrem gut mit der arbeiten. Also ist sie einfach zu bedienen, wenn man einmal alles weiß. Das ist wie Mathe. Das ist wie Mathe, genau. Ich hatte die auch in der Hand und dann war ich überfordert, aber ich habe von anderen gehört, dass sie einfach super sein soll und ich finde auch von dem, was ich gesehen habe. Generell die ganze Sache, das Menü ist leichter oder das ist leichter. Nee, das Menü, was man kennt, ist immer leicht. Und wenn man wechselt, ist es immer erst mal kompliziert, ein anderes Menü sich anzugucken, sich daran zu gewöhnen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendein Menü so mega kompliziert und schwierig ist, was man nicht versteht. Selbst bei Pentax hat man irgendwann kapiert, Spiegel aufwärts heißt Sensorreinigung. Ja, einige Übersetzungen sind schon ein bisschen kurios. Das ist wohl wahr. Aber ich finde, die Menüs gleichen sich auch immer mehr an. Also der Canon-User kann sein Canon-Menü bedienen, der Nikon-User sein Nikon-Menü, der Sony-User muss sich alle drei Jahre umgewöhnen. Ja, aber das ist bei Fuji auch so. Dafür kann er alle drei Jahre mal Canon, mal Sony. Das stimmt. Aber grundlegend ist es so, dass die sich angleichen. Die Begrifflichkeiten sind ein größeres Problem. Das haben wir bei den Workshops ja immer gemerkt, gerade so bei Einsteigern, so AFS, AFC, One-Shot and AI-Servo. Ich erinnere noch an das schöne Buch Canon-Deutsch-Deutsch-Kanon. Aber ja, das gab es mal von uns im Gressung Verlag. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die kann man ja lernen. Wobei man da wiederum sagen muss, TV und AV sind deutlich schlauer als auch das. Ja. Ihr guckt gerade komisch. Das sind Fotobegriffe. Lernst du noch? Ja, muss ich noch lernen. Ja, gibt es noch eine schöne Alternative. Also R5 Mark II kommen wir wenig zu sagen, weil alle Kameras, die kommen, werden wie Gummibärchen an den Kunden verteilt. Ja, und es ist halt immer die Frage wieder, was machst du, welcher Bereich ist es später, weil High-End kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Ja, wie jetzt die FX6, das ist ja eine reine Videokamera. Genau, wenn es jetzt um Sportfotografie, Geschwindigkeiten und sowas geht, ist ja auch jetzt schon wieder, gut, R5, ja, macht Sinn. Aber bei sowas würde ich schon fast wieder auf sowas wie eine R3 oder R1 gehen. Bei denen finde ich es auch mega interessant mit dem Sucher, mit Augenerkennung. Also quasi der Sucher, der dein Auge erkennt und weiß, wo du hinschaust. Und da den Fokus von selbst hinlegt, ist halt nochmal eine Sache, mit der ich den Fokus nochmal steuern kann, ohne extra was bedienen zu müssen. Und weil von diesem intelligenten Autofokus wegkommt, der mir immer das Auge scharf stellt, weil vielleicht will ich es ja gerade gar nicht. Du musst halt ausschalten dann wieder, ja. Also du kannst ja bei vielen einstellen, Körper, Kopf und Auge oder all drei zusammen. Ja, aber... Wäre jetzt für einen Landschaftsfotografen schwieriger. Ja, wobei, ich kann mich noch erinnern, dass die ersten Autofokus, Autofokus, die ersten Augenerkennungen durchaus Felsformationen als Gesichter erkannt haben. Immer wieder in irgendwelchen Mustern und in Holz hast du immer so Astlöcher, die als Auge erkannt wurden. Schöne Augen hat der Ast. Ja, ja, ja. Aber ich meine, wenn du jetzt aber genau nimmst, alle High-End, also die bekannteren Marken haben ja alle eine High-End-Cam, die sowohl für Video als auch für Foto und für Geschwindigkeit ausgelegt ist. Also Sony hat die Alpha 1. Ist im Prinzip überall das Topmodell. Ja, bei Canon finde ich die Struktur ein bisschen anders, weil bei Nikon ist das Topmodell aktuell die Z9. Wer weiß, was da noch kommt. Ist eine hochauflösende Kamera. Bei der R1 ja nicht. Die R1 ist ja keine hochauflösende Kamera. Das heißt, da wäre es ja dann wieder der R5. Schnell und hochauflösend. Aber es ist ja nicht das Topmodell. Ja. Ja, also von daher, da gehen die eigenen Wege. Vielleicht kommt irgendwann noch eine 0,5 raus. Stimmt, 1 ist ja eigentlich das höchste. Ach, dann diese 100 Millionen Pixel-Kamera, wo jeder darauf wartet, wo jeder auf die 1 spekuliert hat. Das stimmt, das stimmt. Das Patent wurde ja vor Jahren mal angemeldet. So, jetzt machen wir eine neue Kategorie auf. Best-APS-T-Kamera. Für Video, für Canon 7D. Die hat das beste eingebaute Mikrofon. Ich erinnere mich noch an das schöne Video, wo sie das Ding gequält haben. Eigentlich müssen wir mal fragen, ob wir das veröffentlicht haben. Wo sie gebrannt hat am Ende. Gebrannt, eingefroren, mit dem LKW drüber gefahren. Das Ding ging immer noch. Ich habe diese Kamera auch gemocht, wirklich. Wenn ich nicht damals bei Nikon gewesen wäre, hätte ich mir, glaube ich, so eine 7D gekauft. Der K-Wong, oder? K-Wong war es, glaube ich, ja. Macht der eigentlich noch was? Ja, und so sieht man ihn noch. Kennt er gar nicht, ne? K-Wong, der Rapper. K-Wong, also Kai-Wong. Musst du mal gucken, der ist ja lustig. Der hat wirklich getestet, was die Dinger aushalten. Super. Ich höre, ich habe schon mitbekommen. Ja, weiß ich nicht. Ich habe zwei Favoriten. 6700 von Sony, weil ich finde, das ist im Moment die beste Preis-Leistungskamera überhaupt auf dem Markt. Das Ding ist ein absoluter Knaller. Ich habe aber noch eine Kamera, die ich sehr mag, weil sie technisch hervorragend ist, und zwar die die H2-X. Ja. Nicht H2-X. Fuji. Ja, helf mir mal gerade, bitte. Ich habe gerade die H2-X. H2-X ist etwas anderes. Das war gerade eine Videokamera, glaube ich. Die X-H2-S tatsächlich. Die X-H2-S ist ja eine Stack-Leier-Sensor-Kamera und das in der Preislage ist schon mega. Nachteil sind, die Objektive von Fuji sind ein bisschen langsamer, aber die Kamera ist halt wahnsinnig schnell und ich mag den Sucher, auch wenn er heute ein interessantes Feature, nennen wir es, offenbart hat. Dazu irgendwann vielleicht mal was. Aber die ist gut in der Hand, die ist super robust, sie ist super schnell, sie ist treffsicher, finde es eine vom Breitlassungsverhältnis, eine super Kamera. Ja. Was im Prinzip fehlt bei APS-C-Bereich ist für mich Nikon. Ja. Weil die haben quasi nur Einstiegsmodelle und da fehlt, hatte ich heute noch mal mit einem Kunden gehabt, im Prinzip eine Z70 oder sowas. Das, was früher die D500 war, die 7000, diese Klasse fehlt im Moment quasi komplett. Also eine Z500. Genau. Ja. Wäre, glaube ich, fast sinnvoll auch in der Namensbelegung, aber bei Nikon wird ja alles, was niedrigere Zahlen hat, irgendwann ein Nachfolgemodell. Das verstehen wir alle nicht, aber egal. Da gebe ich ja recht. Ich glaube, die Objektive wären da. So ein Premium-APS-C-Produkt, wie jetzt so eine R7 zum Beispiel von Canon, wäre ein Produkt, was denen guttun würde, dem gesamten Markt, glaube ich, guttun würde. Ja. Es gibt noch eine Kamera, die, ich setze sie mal in die Kategorie APS-C, weil, das klingt jetzt nach OM1. Ja, weil es lohnt sich nicht wirklich, eine Kategorie für den Sensor aufzumachen. Es gibt ja nur zwei. Das ist doch Vollformat. Ich stimmt. Wir nutzen das volle Format. Wir nutzen den richtigen Begriff, Vollformat. Hast recht. Ja, wenn du das hörst, schreib mir in die Kommentare. Lukas guckt gerade so gut. Ja, es ist tatsächlich der richtige Begriff, weil die Objektive sind eins zu eins für den Sensor berechnet, also ist es ein Vollformat-Sensor. Das ist die Definition von Vollformat und nicht Kleinbildformat, den wir alle als Vollformat titulieren, der aber nie ein Vollformat war, weil es gab auch schon Halbformat. Makro heißt nicht nur, ich gehe nach ran. Ja, die OM1, die OM1 Mark II ist ähnlich wie die Fuji, nur schneller. Und da gibt es die Objektive, nur schneller. Die Kamera ist mir ein bisschen zu teuer, aber grundlegend, wenn man es ganz genau nimmt und das Video streicht, das kriegt OM nicht so richtig hin. Dafür dann die Panasonic G9. G9 II. Oder die G7, ne? Lumix. Stimmt. Muss ich sagen, wäre das fast die kompletteste Kamera. Früher war es auch der Vollformat-Killer. Ja. Die OM-D, die erste, die rauskam. Nicht nur die OM-D, die erste EM5, ich weiß noch, wie die EM5 rauskam, habe ich mir damals eine EM5 gekauft und meine damalige Sony. Die EM-Koffer. Ne, das war die EM1, oder? Das war die 5er. Oh, okay. Ne, ich habe die gekauft und meine Sony damit verdrängt und dann die EM1 gekauft und die EM1 fand ich ein Knaller. Da hast du den Nex 7 gehabt, oder? Mhm. Ja. Mich hat bei Sony damals genervt, sage ich, ganz lipp und klar, das haben sie jetzt lange abgeschafft, deswegen kann ich das machen, dass die den Blitzschuh geändert haben und ich einfach keinen vernünftigen Blitz für diese Kamera bekommen habe. Das war der Hauptgrund. Ja. Aber ich bin ja doch wieder zurück. Also von daher. Alles gut. Willkommen zurück. Ja, die mittleren Klassen hast du ja eben schon gesagt. Gibt es im Prinzip von jedem die gleiche Kamera, wenn man es grob nimmt. Kleine Unterschiede, aber generell kann ich sagen, für 2000 bis 2500 Euro kann ich bei jedem Hersteller was kaufen und eigentlich fehlt mir nichts. Ja, das ist genau die Aussage, die wir hier immer auch treffen. Das ist dann tatsächlich die Preislage, wo man sagt, das hat was mit Markenaffinität zu tun. Der Nikon-User wird ein Nikon kaufen, der Canon-User eine Canon und der Sony-User eine Sony. Fertig. Bei Fuji wird es dann schwer, da gibt es halt einfach nichts mehr. Ja, das ist dann die X-H2S. Bei Olympus ist es halt die OM1, aber es sind andere Sensoren und bei den anderen drei Marken, wir haben eine Marke vergessen, die von Panasonic eben. Lumix. Panasonic. Die S5X Mark II. Zwei. Danke. Ich habe jetzt gerade irgendwie gehangen, weil den ganzen Römischen hier, das wird irgendwie anstrengend. Ist auch so eine Kamera, wo ich denke, dass sie unterm Preis ist. Also ich glaube, dass die teurer sein darf, weil die einfach videotechnisch hervorragend ist. Du hast ja auch kurz überlegt, ob du dir so eine kaufst. Das war vorher eigentlich meine Nummer eins und die wollte ich eigentlich auch kaufen. Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Ich würde sagen, alles drumherum. Ja, genau. Ich wollte ins Sony-System, genau. Ich habe die ab und zu mal ausgeliehen. Ich liebe das Bild aus dieser Kamera, aber ich wollte lieber in ein sicheres System gehen, da ich möchte meine Werke verkaufen und ich muss mir sicher sein, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. und da habe ich mich bei Sony einfach ein bisschen sicherer gefühlt. Ja, das liegt einfach ein bisschen daran, dass der Support für die drei großen Marken einfach von den Drittanbietern, also von Seiten der Industrie oder Softwarehersteller einfach ein bisschen stärker gewährleistet ist. Das ist einer der Hauptgründe tatsächlich. Es sei denn, man macht die Blackmagic und bringt einfach eine eigene Software raus. Ja, ganz gedauert, bis die Fuji-Kameras mit Lightroom funktioniert haben. Ja, bis vor zwei Generationen, glaube ich sogar. Also tatsächlich ja einer der, ich hatte ja zwischendrin auch Fuji, einer der Gründe, warum ich meine Fuji-Kameras damals verkauft habe, ist, weil die mit meiner Software, ich mache mit Lightroom zwar auch was, aber Lightroom ist nicht meine Hauptsoftware, ich nutze DxO-Foto-Labs, ging ja nicht. Geht aber auch seit zwei Jahren. Also die haben sie mit aufgenommen jetzt. Kurze Erklärung, die haben einen anderen Sensor, der anders aufgebaut ist. Ja, der X-Struktur ist ganz, ganz Sensor, genau, ja. Und das konnten viele Bearbeitungsprogramme nicht, weil sie halt auf Bayer-Sensor ausgelegt waren von der Pixel-Struktur. Ich finde, bei der muss man auch nicht viel nachbearbeiten, weil stempeln kann ich auch im JPEG. Die sind, wenn die gut fotografiert sind, das habe ich ja eben kurz erklärt, es hat schon einen Grund, dass die bei National Geographic Out-of-Box-Preise gewinnen. Also die sind aus der Kamera heraus, finde ich, liefern die das beste Bildergebnis. Also zumindest das, was uns als bestes Bildergebnis nahe liegt, kommt, weil klar, es ist irgendwie auch logisch. Die haben die klassische Fujifilm-Simulation und die Fujifilm-Simulation ist das, was wir von früher halt noch kennen. Wir wissen, okay, ein Velvia-Film sah halt so aus und dann macht man einen Velvia-Film und dann sieht es halt aus wie ein Velvia-Film. Fertig. Und die Farbgebung ist sehr gut durch diese X-Stanz-Modifikation. Das Bildrauschen ist sehr niedrig. Die Dynamik ist sehr hoch. Also wenn der Mikrokontrast dann richtig stimmt, bei den Objektiven und so, dann muss ich sagen, ist das hervorragend und ich nutze die Kamera, ja, ich habe ja 50, ich kann es ja gar nicht oft genug sagen, mit meinen Lieblingsobjektiven, mit den Vogtländer-Optiken. Das Thema haben wir ja schon ein paar Mal durchgekaut. Und jetzt kommen wir auch zu einem sehr guten Punkt, was eigentlich fast wichtiger ist als die Kamera. Die Objektive. Weil jetzt kann ich meinen Spruch bringen, wenn scheiß Licht durchkommt, kann die beste Kamera nichts mitmachen. Das ist wohl wahr. Das ist wie mit dem Dioptrien-Auskleid auf meiner Nase. Wenn das Ding scheiße ist, sehe ich auch nichts. Ja, ich trinke mal. Darum, also die Kamera ist oft gar nicht so wichtig und der wichtigste Punkt, gerade wenn es um den Bildlook geht, weil viele kommen halt hin und sagen, ich will, dass meine Bilder so und so aussehen. Ja, dann brauchst du das Objektiv und dann guckst du halt, welche Kamera gibt es dazu passend. Weil ganz viel Bildlook, gerade von Sachen, wenn ich jetzt nicht diesen extremen Autofokus brauche, die Geschwindigkeit, wenn ich Personen fotografiere, die vor mir stehen, ist es egal, wie schnell mein Autofokus funktioniert, der muss einfach nur sitzen und wenn ich im Studio fotografiere, ist es noch weniger. Bei Stillleben-Makro brauche ich ihn eigentlich gar nicht, dann mache ich es manuell und da ist einfach die Sache, da ist das Objektiv wichtig für den Look. Erstmal welche Brennweite, weil die bestimmt den Hintergrund in meinem Bild und dann mache ich den Abstand, damit mein Vordergrund dazu passt und ja, das ist das Wichtigste, Blende für die Unschärfe und dann kommt die Kamera dazu, wie schnell wird das Bild dann gemacht und welche Auflösung hat es. Ich glaube, da ist auch der größte Unterschied zwischen den Fotografen und den Videografen. Also die Videografen haben schon von der Sache her sehr häufig mit alten oder mit speziellen Objektiven gefilmt, um einfach einen gewissen Look auch zu generieren. Die Fotografen sind einfach, die sind so ein bisschen gebrandet, das ist so ein bisschen wie mit dem Auto. Ich brauche kein schnelles Auto, für auf die Arbeit zu fahren, aber ich will die 300 PS trotzdem haben und deswegen kaufen sich ganz viele eigentlich das falsche Objektiv für ihren Anwendungszweck. Also man hat dann irgendwie beim Freund vom Freund eines Freundes den Fotografen kennengelernt, der dann irgendwie sagt, ja, kauf dir einen 35mm 1.4, kannst du alles mitmachen. Ne, stimmt natürlich nicht, kannst du nicht. Vor allen Dingen brauchst du nicht unbedingt einen 35mm 1.4, vielleicht tut es auch einen 35mm 2.0 oder vielleicht ist es auch ein variables 2.8 oder ein 4.0. Es kommt wirklich darauf an, was man fotografiert. Und vor allem fragt man Fotografen, welche Kamera soll ich mir kaufen? Es wird zufälligerweise immer eine sein, die er hat oder von dem Hersteller, weil er die anderen gar nicht kennt. Kennt die anderen nicht, ja. Also, wenn ich überlege, meine lichtstarken Optiken werden meistens abgeblendet, fotografiert. Klar bin ich froh, wenn ich die Flexibilität habe, aber ich fotografiere, wenn ich ehrlich bin, ja dann doch mit einem 2.0er Objektiv bei Blende 5.6 oder mit einem 1.4er bei Blende 4 oder so. Und dann lacht, wenn der 8. Genau das. Wenn die Sonne lacht, Blende 8, das kostet dann auch Standard, eigentlich gerade in der Landschaftsfotografie 8 und 11, irgendwie so diese Kanten, ne. Und dafür muss ich mir nicht eine 1.4er Linse kaufen. Ich kann halt einfach viel, viel Geld sparen und vor allen Dingen, ganz wichtiges Thema Gewicht, das ist ja eines der größten Themen, was wir in der Fotografie haben, dass die Geräte zu schwer sind. Und sie werden leichter, es werden wieder ein bisschen schwerer, weil einfach mehr Technik drin ist durch die Videografie, also Kühlkörper, Lüfter, was auch immer. Akkus, Akkuleistung, Akku wiegt halt. Und die Objektive werden aber jetzt gerade leichter. Wir haben jetzt ganz lange Zeit, haben wir sie sehr schwer gehabt, Wink an Sigma. Und jetzt werden sie gerade wieder leichter. Ja, Sigma auch. Aber ich wollte gerade ein Objektiv holen, aber da ist es. Ach so, das filmt gerade. Ja, ein sehr gutes Beispiel. Die G-Master Objektive von Sony, die ja ordentlich Gewicht eingespart haben. Da ist ja, da ist ja, da gibt es ja diese, diese, diesen lustigen Effekt, dass das 24, 70 G-Master 2, das 16,35 G-Master 2 und das 70, 200 G-Master 2, wenn man alle drei zusammennimmt, exakt das Gewicht eingespart haben, was eine Alpha 1 wiegt. Das ist ja super interessant. Und man muss schon sagen, Gewicht ist was, wo man dann schon überlegt, ja, aber wir wollen da nicht das Gewicht weiter rumreden. Also bei den Objektiven ist es so, als Einsteiger, welches Objektiv empfiehlst du? Also, es sind ja immer die KIT-Objektive dabei und diese KIT-Objektive, die sind ja erstmal für alles ausgelegt. Deswegen sind es ja KIT-Objektive. Das ist halt erstmal die Frage, was willst du fotografieren? Genau, das weiß aber ja kein Einsteiger. Er weiß ja nur, dass er bessere Bilder schießen will, als mit seiner kompakten oder mit seinem Smartphone. Tschüss. Ciao, ciao. So, und im Endeffekt ist es so, dass wir niemandem am Anfang empfehlen können, welches Objektiv er kaufen soll. Wir können nur sagen, pass auf, du kannst eigentlich das KIT-Objektiv, was du theoretisch für 200 Euro bekommen kannst, kaufen. Du kannst das gleiche Objektiv mit der ähnlichen Brennweite aber in besser kaufen. Mehr können wir erstmal nicht tun. Weil kaum einer kommt ja in den Laden und sagt, ja, ich will Porträts fotografieren. Okay, wenn er das will, dann wissen wir, okay, wir zeigen ihm vielleicht eine Festbrennweite oder wir zeigen ihm ein lichtstarkes Zoom-Objektiv. Aber mehr können wir erstmal nicht tun. Das heißt, man kristallisiert ja erst nach einer gewissen Zeit, also raus, welche Objektive für einen passen. Also wenn ich überlege, ich habe vor acht, neun Jahren fast ausschließlich Weitwinkel-Objektive verwendet und dann kam meine Tochter auf die Welt, dann waren es irgendwann die mittleren Brennweiten und heute, wo ich fast nur noch draußen bin und Tiere fotografiere oder Landschaften fotografiere, sind es, ich habe vier Tele-Objektive. Also ich fotografiere fast nur noch Tele. Und das ist ja ein Entwicklungsprozess. Also wie sollen wir das beantworten? Ja. Genau. Noch zu eben, falls ich zurück kann zu den Objektiven. Du meintest ja, für Filme ist es nicht so wichtig, die neueste Linse zu haben wie für Fotografen. Sieht man, das beste Beispiel ist Danny Villeneuve mit Dune, der hat ja irgendwelche Sowjet-Linsen aus 1965 ein bisschen umbauen lassen hat, die für 200-Millionen-Hollywood-Movie benutzt, also im Film ist, glaube ich, noch mehr der Charakter am wichtigsten. Ganz richtig, auf den Look vom Objektiv an. Und auch die Lichtstärke. Ich mag es auch mehr auf 5, 6, auf 5, 6er-Blende zu filmen, weil ich Sachen im Bild scharf haben möchte. Ich habe einmal einen Film gemacht, einen Kurzfilm mit konstanter 1, 4er-Blende, weil das stilistisch zum Film gepasst hat. Anstrengend. Aber genau das, ich dachte, okay, das passt zum Film, sieht gut aus, das soll es auch rüberbringen, aber es ist wirklich anstrengend, mit 1, 4er-Blende dorthin zu gucken, wo der Fokus ist. Also es ist nicht so angenehm den Film zu gucken. Deswegen bleibe ich jetzt mittlerweile immer auf einer 5, 6er, 4er um den Dreh. Ist ja auch, gerade vom Stilmittel her, Anamorpho-Linsen für Video und sowas, diesen Effekt könntest du ja auch zum Fotografieren nutzen. Ja. Aber mich hat noch keiner danach gefragt. Nee, es ist, ja, es ist halt spezifischer. Der Videofilmer weiß, glaube ich, einfach viel mehr, was er gerade braucht. Also, der muss sich ja von der Sache her einfach mehr damit auseinandersetzen. Ich kann, also, ich kann mir ein Fotoapparat kaufen und wie der junge Mann gestern sagen, ja, ich drücke Foto, ein Foto gut. Aber nein, ist nicht so. Das geht vielleicht mit dem Handy, weil ein Handy halt einfach in den meisten Fällen ein Fixfokus, ein Weitwinkelobjektiv und einen guten Bildprozessor hat, aber mit einer Kamera nicht. Mit einer Kamera kann ich viel, viel, viel Mist machen. Ich muss schon wissen, wie funktioniert das. Und das ist beim Videofilmen ja noch mehr, also viel mehr. Da ist ja auch das Licht viel wichtiger als beim Fotografieren. Also, nicht wichtiger, stimmt auch nicht, aber es fällt mehr auf, wenn es falsch ist, weil ich es einfach auch nicht so gut nachkorrigieren kann. Oder, was ich viel schlimmer finde, da sind wir ja leider ein Negativbeispiel dafür, der Ton. Ich gucke mir ein Video an, wenn es ein schlechtes Bild hat, das kann ich 10 Minuten gucken, das kann ich 20 Minuten gucken, das kann ich auch eine Stunde gucken. Wenn der Ton schlecht ist, Ton schlecht ist. Danke. Warte, das machen wir nochmal. Wenn der Ton schlecht ist, dann schalte ich das Ding nach 10 Sekunden aus. Und genau darum, ich bin hier bei keiner Pressekonferenz, auch wenn es glaube ich im Video so aussieht, haben wir hier nämlich jetzt ganz neu heute aufgebaut eine Mikrofonteststation. Ja, und da waren wir sogar sehr überrascht, dass ein sehr preiswertes Mikrofon fast den besten Ton ausgegeben hat, zumindestens für unsere Sprechstimme. Ja, also, wir wissen nicht, was er tut. Ich wollte nur gucken, wo man es am besten sehen kann. Aber, ja. Also, wir haben hier quasi einen Voice-Recorder und vier Mikrofone dran angeschlossen und da kann ich dann später Kopfhörer anschließen und jedes Mikrofon durchhören quasi. Und ich habe es einfach mal hier bei uns angeschlossen ans Mischpult. Es ist jetzt natürlich nicht eingepegelt und alles Mögliche, was wir jetzt mit den Mikrofonen hier gemacht haben. Und ich stelle mich mal stumm und stelle mal eins von denen an. So. Und jetzt klingt ganz anders. Das ist jetzt ein, was haben wir hier, ein Dörr-Mikrofon, ein kleines Aufsteck-Mikrofon für die Kamera. Man hört auch, das ist jetzt ein Raum-Mikrofon. Es nimmt drumherum viel mehr auf. Ich habe quasi Geräusche, die ich eben über das andere Mikrofon nicht gehört habe. Wir gehen jetzt einfach nur mal kurz schnell durch. Das Gleiche quasi von Joby. Sieht gleich aus, aber Ton klingt schon mal besser. Ich habe ein bisschen volleren Klang. Es ist angenehmer. Es sieht eins zu eins gleich aus, bis auf den Namen drauf. Also man könnte sagen, das ist einfach vom gleichen Chinesen gebaut, aber irgendwie anscheinend doch nicht. Dann haben wir noch ein anderes Joby. Das ist das, welches war das? Das Video-Mik? Video-Mikrofon ist das, glaube ich. Nein, das ist nicht das Brot, Entschuldigung. Was ist das? Weiß es tatsächlich selber nicht. Langsam wird es schwer. Das ist übrigens später auf einem Ständer drauf. Auf jeden Fall finden wir, oder haben wir jetzt gesagt, das hat auf jeden Fall von den vier, die wir drauf haben, den besten Ton. Klingt wirklich ordentlich, gerade wenn ich einen Raum aufnehmen will. Wie gesagt, es ist kein Sprechmikrofon, wo ich jetzt einen Podcast oder was mit aufnehmen würde. Und dann, was uns noch mehr gewundert hat, das rote Video- Stereo-Video-Mik, was ja eigentlich Bei denen heißen die Mikros alle gleich. Ja, sie heißen alle gleich. Das ist schwierig. Was vom Preis her jetzt hier das teuerste Mikrofon eigentlich ist, klingt jetzt so erstmal nicht so berauschend. Man muss auch dazu sagen, dass es das Mikrofon ist, was am deutlich stärksten hochgepekelt wurde von uns. Ja. Ja. Und es rangst ein bisschen weniger. Das stimmt, aber man muss viel mehr arbeiten damit. Also für Einsteiger ist es nicht mehr geeignet. Man muss wirklich ein Mischpult dazwischen haben. Und es braucht eine eigene Batterie, die immer leer ist, wenn man es braucht. Ja. Und wenn ich es jetzt so 1 zu 1 vergleiche, würde ich jetzt nicht 100 Euro mehr für das ausgeben. Und echt überraschend. Also da könnt ihr gerne mal vorbeikommen und auch die Mikrofone, die wir hier haben. Ich habe jetzt einfach nur vier kleine draufgeschraubt, um es mal schnell zu vergleichen. Kann man gerne mal alles durchtesten, was wir hier haben. Wir haben ja noch ein paar Sennheiser-Mikrofone, die geben auch noch mal einen eigenen Ton aus. So eine Mikrofone haben wir da. Ja. Also einfach mal probieren. Man kann auch eine Kamera draufsetzen mit Mikrofonen, die anschließen, um direkt den Ton zu vergleichen. Was wir bei den Sonis ja sogar machen müssten, weil die ein Strom über die Kamera ziehen. Also das Angebot steht. Das Teil ist hier dann irgendwo im Laden und da bin ich wieder. Und ja, probiert es aus. Ich klinge jetzt so anders. Ja. Kommt vorbei, probiert es einfach aus. Die Station ist da. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Generell wird man wahrscheinlich auch selber drangehen können, aber dann wird jemand von uns dazukommen und ein bisschen erklären, was da funktioniert und wie das funktioniert und es wird jedes Mal verstellt sein, wenn man kommt. Ja. Ganz wichtig, der Podcast kommt ja im November raus. Erstes November-Wochenende. Wir haben am 7. November einen Basic-Video-Workshop. Da wird die Audio-Station dann zu finden sein, weil ein Teil dieses Video-Workshops, dieses Slots wird eben auch Audio sein. Ich würde auf jeden Fall mal vorschlagen, dieser Workshop ist halt komplett kostenlos. Man kann alle vier Slots besuchen. Die Slots sind immer so aufgebaut, dass man 30 Minuten quasi was gezeigt bekommt zur Grundeinstellung, sonstige Dinge, dann Viertelstunde Besprechung macht und Praxis ist irgendwie alles so mit inkludiert. Der Christian Laxander macht den, wir betreuen den halt quasi so ein bisschen. Den Workshop, nicht den Christian. Weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Eigentlich wäre es ja ein Träumchen, wenn wir ihn für die Aufzeichnung bekommen würden, aber ich glaube, er ist so busy, das schaffen wir nicht. Ja, ob der dann noch drei Tage hierbleiben kann. Auf jeden Fall ist es so, wir können ihn mal vielleicht dazuschalten Samstag. Dazuschalten kriegen wir bestimmt hin. Den Basic-Workshop kann ich jedem einfach nur empfehlen, der einfach sich an das Thema Video nicht rantraut oder der schon Video macht und einfach nicht weiß, wer den Ton einpegeln soll. Irgendwie so Kleinigkeiten. Dafür wird es gemacht und es kostet euch gar nichts. Also ihr nehmt einfach daran teil, ihr sucht selber aus, welche Slots ihr macht, ihr könnt alle vier Slots buchen, es spielt gar keine Rolle. Und selbst wenn du sagst, ich habe schon Erfahrung, ich habe schon gefilmt, ich brauche den Basic-Workshop nicht, dann machst du die anderen. Wenn du sagst, ich will aber trotzdem mal reinhören, vielleicht erfahre ich trotzdem noch was, was ich noch nicht wusste, machen einfach mit, es kostet nichts. Und das ist mit ein Angebot von unserem Jubiläum auch und nutze es einfach, weil günstiger kriegst du es nicht. Wichtig ist nur, sich vorher anzumelden. Patrick hat diesbezüglich auf gressum.shop, glaube ich, die Slots freigegeben. Genau, ist auch in den Shownotes verlinkt, alles. Wunderbar, dann macht es einfach, nutzt es einfach. Genau, kann ich auch nur empfehlen. Wir haben ihn ja schon gemacht quasi. Genau, ja. Groß, über zwei Tage. Kann ich wirklich nur empfehlen, weil ich dachte, okay, ja, die Basics weiß ich eigentlich, ja, ich werde nichts lernen, aber man sieht immer eine Kleinigkeit, die man vorher nicht vor Augen hatte, die man dort lernt, die eigentlich als Basics sehr, sehr wichtig ist. Deswegen lohnt es sich einfach, vor allem, wenn es kostenlos ist, einfach vorbeizuschauen, vorbeizukommen, auch einfach nochmal alles, die ganzen Basics durchkauen, auch wenn man es schon weiß, trotzdem gut einfach nur wieder mal auffrischen, alles aufrichten, genau das habe ich gesucht. Dankeschön. Ja, generell, also die Thematik Workshop, das bringt uns ja wieder zu dem Thema, welche Kameras die beste zurück. Stimmt, du musst damit umgehen können. Du musst einfach damit umgehen können. Wir bieten ja selbst Workshops an. Es gibt hier, gerade im Saarland, gibt es ein relativ großes Angebot für Workshops. Die FOSA, zum Beispiel, Brutteschule Saarland, ist eine gute Anlaufstelle, halt auch immer, die VHS bietet Kurse an, wir bieten halt themenspezifische Kurse an, wenn es jemand mag oder technische Einleitungen oder was auch immer, also das mag ich ja überwiegend. Und dazu noch ein kleiner Tipp, wenn ihr einen Workshop macht, egal wo, ob es bei uns ist, bei der Volkshochschule, vorher die Kamera ein bisschen kennenlernen. Weil ich hatte gestern noch mal eine Kundin hier stehen, die gesagt hat, ich habe jetzt am Wochenende einen Kamera-Workshop, ich brauche eine Kamera. Das, oh, freut sich der Referent. Ja, weil wenn du da sitzt mit einer Kamera und weißt nicht mal, wo schalte ich sie ein, wo funktioniert was, dann ist jeder Workshop überfordernd. Also man sollte schon ein bisschen grundlegend Bedienung kennen, einmal die Einstellknöpfe und Räder gesehen haben. Man muss nicht wissen, wie funktionieren die, aber okay, da lösche ich, da gucke ich das Bild an, da löse ich aus, mit dem Drehen zoome ich. Das sind schon mal so Basics, die man ein bisschen muss und darum einfach mal Kamera ein bisschen mit rumspielen, dann entstehen auch erst die Fragen. Sonst macht man einen Workshop, danach spielt man mit rum und dann kommen Fragen, dann muss ich nochmal einen zweiten machen. Kann man gerne machen, wir freuen uns, aber dauert im Moment. Ja, dauert. Also wir sind schon in der Planung für März. Es häuft sich tatsächlich, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Geräte immer komplizierter werden. Also ich muss faires habe dazu sagen, wenn ich eine neue Kamera bekomme, und ich kenne ja diese Begrifflichkeiten, brauche ich selbst, wenn ich weiß, was ich einstelle, locker mal 20 bis 25 Minuten, bis die Kamera so konfiguriert ist, dass ich sie erstmal benutzen kann. Also nicht Sprache einstellen, so ein Kram, sondern für mich die Parameter, die ich selber schon verwende. Und dann ist es trotzdem gut, wenn ich weiß, wo der ganze Kram ist, weil ich finde immer wieder hier leider bei mir vor Ort raus, wenn der Kunde sagt, ey, kannst du mir mal gerade einstellen, dass ich selber suchen muss, wo das ist, weil ich ja nicht das Menü benutze, wie Sony oder ein Hersteller mir das vorgibt. Es gibt ja dieses MyMenü, das heißt, diese Sachen, die ich nicht so häufig benutze, aber brauche, die schmeiße ich mir da rein und dann ist das bei mir da drin und dann finde ich das natürlich in Sekunden. Weil aus der Praxis raus kann es schon sein, dass meine Kamera vielleicht, keine Ahnung, im Oktober auf Wildlife eingestellt ist und im Dezember muss ich was ganz anderes fotografieren, dann sind die Knöpfe vielleicht anders zu belegen und dann muss ich das finden und zwar schnell. Ja, auch generell gleicher Hersteller, zum Beispiel Panasonic Lumix. Wow! Als die 4K-Fotofunktion reinkam, war sie mal als eigener Modus drin, mal oben rechts eine Taste, mal über das Funktionsmenü, Quickmenü, über das Hauptmenü. Es sitzt halt bei jeder Kamera auch woanders, selbst wenn es der gleiche Hersteller ist. Also das ist halt auch die Sache, selbst für uns als Trainer ist es dann auch nicht so, okay, wir können direkt aus dem Kopf erklären, wo welche Kamera welche Funktion hat, dafür gibt es zu viele, zu viele unterschiedliche und immer wieder zu viele neue. Es sei denn, du heißt Christian, den kannst du heute Nacht um drei anrufen und der sagt ja genau, welches Menü das ist. Aber das ist auch was Besonderes und darum versuchen wir ihn auch mal hier einzuladen. Ja, ja, das ist nochmal so ein Tipp und ein Wink an den Video-Workshop, den Basic-Workshop. Allein weil Christian da ist, sollte man schon dahin gehen. Und das ist jetzt seine Hausaufgabe, ob er uns wirklich zuhört, wie er sagt. Der wird das mit Sicherheit weitergeben, weil die Ringfoto hört zu. Hört mit, hört mit. Sagt nichts Falsches. Ja, ich denke, wir machen hier einen Cut. Genau. Und egal, welche Kamera es ist, bei uns gibt es fünf Jahre Garantie drauf. Und? Und Service, Sensorreinigung. Was ist denn im Service noch so drin? Firmware-Updates, Sensorreinigung, Kamera-Check und auch eine Bewertung, wenn man was Neues mal kaufen will. Genau, die kostenlose Bewertung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat oft die Kamera nicht für fünf Jahre, vielleicht hat man so nur drei Jahre. Wer bei uns auf der Seite guckt, sieht ja, dass eine Kamera-Bewertung eigentlich Geld kostet. Wir machen es in vielen Fällen kostenlos, weil manchmal ist so ein Check relativ schnell gemacht. Das ist ja eine Fräschheit, etwas zu verlangen, aber es gibt auch Checks, die dauern eine Stunde. Gerade wenn sehr viel kommt, also wenn eine ganze Ausrüstung kommt, drei Kameras, 20 Objektive, das ist halt mal ein Tag Arbeit und das kann man dann nicht umsonst machen. Und Arbeitszeit ist nicht kostenlos. Also ich werde für meine Arbeitszeit bezahlt und es ist auch... Aber nur noch 20 Minuten. Das stimmt. In dem Moment ist es tatsächlich so, dass auch Dienstleistungen Geld kosten und wir liefern unseren Stammkunden diese Zeit kostenlos. für alle anderen ist es tatsächlich so, wenn sie die Kamera woanders gekauft haben, werden die dafür weiterhin bezahlen müssen. Genau. Ja, gut. Dann hast du noch was zu sagen? Nee, ich bin durch. Lukas war zu ruhig heute. Nächste Woche. Nächste Woche. Ich muss erst mal ein bisschen reinkommen in den Podcast. Nächste Woche Monolog. Thema, was für dich noch schwieriger ist, weil du einfach... Dir fehlt ja die Erfahrung im Beraten und so auch noch. Ja, genau. Das kommt mit den Jahren und dann hast du auch viel mehr Beispiele und Sachen, wo du direkt drauf kommst, dabei. Genau, vor allem vor der Kamera stehen. Ich bin ja hinter Kamera gewöhnt, aber... Du hast auch eine hinter dir. Nee, gerade bin ich umsingelt, aber nee, man muss sich erst mal daran gewöhnen, vor der Kamera zu stehen. Ja, wir haben die nächsten zwei Termine, glaube ich, schon Inhalt. Also wir wissen, was wir schon planen, aber wir bitten euch trotzdem, wir haben es ja bei Instagram schon mal gemacht, schickt uns mal ein paar Informationen rein. Einfach Wünsche, Vorschläge. Genau. Wenn ihr selber mitmachen wollt, wenn ihr sagt, ich würde mich gerne dazusetzen, mal von mir Sachen zeigen oder so und keine Ahnung, ich bin ein erfolgreicher Fotograf und man kann im Saarland Geld mit Fotografie verdienen. Halt dich mal, wie das funktioniert. Ja, du weißt, ist der Plan, auch mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten zu droppen, das ist eigentlich die Zeit, die wir anpeilen. Wenn wir zu dritt sind, wird es mal ein bisschen länger dauern, das ist normal. Das Thema war jetzt ein bisschen größer, deswegen haben wir die Zeit gebraucht. Das war so ähnlich wie mit unserer Nostalgie-Runde da oder auch die Photon-Geschichte. Aber ansonsten ist eigentlich der Plan so maximal eine Stunde, 40 Minuten ist eigentlich der Plan. Wir sind jetzt bei einer Stunde fünf. Oh, da sind wir doch gut dabei. Ja, können wir noch kurz sagen, Zubehör, Makroobjektiv, muss nicht immer sein, es tut auch ein Zwischenring. Für viele Kunden, ja. Genau. Das ist wohl wahr. Und Ausschnitte. Wer mehr darüber wissen will, kommt vorbei, lasst dir zeigen, probier es aus. Alles klar. In dem Sinne, wir sind für euch da. 10 bis 18 Uhr, montags bis freitags und samstags von 10 bis 15 Uhr. Weil danach nehmen wir hier auf. Ja, und wir sind nicht Google. Google sagt was anderes, das stimmt nicht. Google lügt. Also in dem Sinne. Und da sind alle braunen Mikrofone zusammen. Domm. Du hast so richtig Domm gehört. Und da sind alle braunen해야, ��öte, n金inne, dann auf die Seite. Und da sind alle braunen List. Und dann machen wir das bei uns mal dazu.